Hallo liebe Gemeinde, hier ist Michael Sommer und eine einfache Frage vorweg, habt ihr schon mal eins von meinen Plemo-Videos im Deutschunterricht genutzt? Nutzen eure SchülerInnen die Videos vor der nächsten Klausur oder vom Deutsch-Abi zur Wiederholung? Prima, finde ich super, aber es gibt eine neue pädagogische Eskalationsstufe, nämlich Sommers Weltliteratur interaktiv, denn eine wirklich tiefgehende und intensive Beschäftigung mit einer Lektüre ist natürlich nur möglich, wenn wir selber aktiv werden und nicht nur rezipieren. Und das geht jetzt mit tollen neuen E-Learning-Modulen, die es euren SchülerInnen ermöglichen, selbsttätig mit guter Erklärung, mit gutem Feedback und abwechslungsreich optisch sehr ansprechend zu den einzelnen Werken zu arbeiten und zwar bei meinem Partner Eduflat. Dort werden diese E-Learning-Module gehostet und dort könnt ihr auch euren Lernenden ganz einfach einen Zugang verschaffen und wir gucken uns das jetzt mal an. Wenn ihr bei Eduflat registriert seid, geht ihr zu Login-Lehrkraft und gebt eure Zugangsdaten ein, das mache ich jetzt mal für mich natürlich, und gelange in mein Portal, wo die Medien, die mir zur Verfügung stehen, unter meine Edu-Links erscheinen. Da oben sind ein paar Videos und dann kommen die E-Learning-Module. Es sind zurzeit zehn Stück zu den üblichen Verdächtigen des Deutschunterrichts. Von Nathan der Weise bis zu Leben des Galilei und Homo Faber sind die wichtigsten Werke tatsächlich schon dabei. Und wir gehen jetzt mal exemplarisch zu Faust 1, das kennt jeder. Hier könnten wir uns jetzt das Faust 1 to go Video nochmal anschauen oder wir gehen zum E-Learning. Das machen wir und ich muss auf Neustart klicken, weil ich es schon mal gemacht habe. Und dann gibt es einen Begrüßungsbildschirm mit Mephisto und Faust. Wir erfahren, dass es 14 Fragen zu Faust sind. Was haben die jetzt für Formate? Na, zum Beispiel gibt es Zuordnungsaufgaben. In welcher Reihenfolge stehen die Anfänge bei Faust und worum geht es da jeweils? Es gibt natürlich Multiple-Choice-Fragen wie hier. Ich kenne mich nicht aus, was soll ich machen? Hier gibt es Hilfe. Da wird erklärt, worum es in der Frage geht, Hintergründe. Man kann echt gut drauf kommen, wenn man das aufmerksam durchliest. Also es ist schon Konzentration gefragt. Man kann sich nicht nur durchklicken. Wenn ich es falsch mache, wird mir das angezeigt und ich kann es nochmal probieren. Wenn ich es richtig mache, wird mir das auch angezeigt. Genau, Gott bestätigt die Wette. Also auch inhaltliche Bestätigung, inhaltliches Feedback. Es gibt Lückentexte. Moment, das ist der Lückentext mit Drag and Drop. Es gibt Zuordnungsaufgaben. Es gibt Texteingabeaufgaben. Hier müssen richtige Worte eingegeben werden tatsächlich. Und jedes Mal gibt es Hilfe und direktes Feedback dazu. Wenn ich alle 14 Aufgaben kompletiert habe, bekomme ich eine Übersicht, wie viel richtig und falsch war. Dann kann ich das Ganze nochmal durchgehen mit Ansicht der richtigen Antworten. Es wird mir erklärt, warum es nicht richtig war oder was die richtige Antwort gewesen wäre. Und ich habe Ressourcen zur Verfügung, während ich die E-Learning-Module bearbeite. Hier kann ich auf den Text von Faust nochmal zugreifen, wenn ich den brauche. Oder natürlich immer auf das Faust-to-go-Video. So, das können eure SchülerInnen selbsttätig bearbeiten oder auch in Partnerarbeit könnte man das im Unterricht machen. Und ich zeige euch jetzt nochmal, wie ihr es ihnen verfügbar macht. In eurem Portal habt ihr Lerngruppen. Ich habe jetzt hier mal eine Beispielklasse angelegt. Und denen kann ich einfach die Medien zuordnen, auf die sie Zugriff haben sollen. Zum Beispiel hier das E-Learning-Modul zu Faust 1. Und die Zugänge bekommen die SchülerInnen einfach über einen QR-Code oder einen alphanumerischen Code, den sie eingeben können. Also können sie mit ihrem Gerät scannen oder auch eintippen. Sie können das nutzen mit ihrem iPad, mit ihrem Laptop, mit ihrem iPhone sogar oder Smartphone. Da kann man dann eben den QR-Code scannen beispielsweise. Ein super einfacher Zugang. Und ich darf sagen, dass ich ein bisschen stolz bin auf diese Medien. Denn erstens habe ich die alle selbst entwickelt, die Fragen selbst entwickelt, mich in die Software eingearbeitet. Und das war ein großes Abenteuer. Und es ist belohnt worden. Denn vor wenigen Wochen sind wir, Eduflat, ich, die E-Learning-Module, ausgezeichnet worden mit einem Comenius-Edu-Media-Siegel. Comenius ist ein Fachverband für elektronische Lernmedien. Und die haben uns und noch ein paar andere eben mit diesem Gütesiegel ausgezeichnet, weil sie der Meinung sind, das ist qualitativ hochwertig. Das ist optisch sehr ansprechend. Und es kommt natürlich auch im Playmobil-Erscheinungsbild meiner Videos daher. Das öffnet hoffentlich auch das eine oder andere Herz eines Lernenden oder einer Lernenden. Ich würde mich freuen, wenn ihr Lust habt, das mal auszuprobieren. Ihr könnt zwei von diesen Modulen auf der Seite von Eduflat kostenlos austesten. Den genauen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Soweit erst mal zu den neuen Modulen bei Sommers Weltliteratur interaktiv, powered by Eduflat. Und jetzt kommen wir zu dem Teil des Videos, auf den ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe. Wir verlosen Jahreslizenzen. Zugänge zu diesen elektronischen Lernmedien. Und zwar müsst ihr dazu nur eines tun. Ihr müsst auf den Link klicken, der in der Videobeschreibung euch angezeigt wird. Da kommt ihr zu einem Google-Formular. Da gebt ihr eure E-Mail-Adresse, eure Namen, eure Schule ein. Und dass ihr mitmachen wollt beim Gewinnspiel. Dieses Gewinnspiel läuft bis zum 31. August. Jede Person kann nur einmal teilnehmen. Und wir verlosen zehn Einzellizenzen und drei Schullizenzen für ein ganzes Jahr lang. Ihr könnt euch richtig austoben und das ausprobieren. Auch KollegInnen, wenn ihr eine Schullizenz gewinnt dabei. Und ich verspreche euch, dass wir mit euren Daten keinen Schindluder treiben werden, sondern die werden anschließend gelöscht. Wir werden sie ausschließlich dazu verwenden, euch über dieses Gewinnspiel zu informieren. Also ihr habt eine richtig gute Chance, das mal zu gewinnen und auszuprobieren für ein Jahr. Und ich hoffe, viele von euch werden die Chance nutzen und mitmachen. Und die frohe Botschaft natürlich auch weitergeben an etwaige KollegInnen. Ja, gebt es weiter. Seid nicht so geizig, nur um eure Gewinnchancen zu steigern daran. Ja, ich freue mich drauf, mehr von euch zu hören. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne oder kommentiert hier natürlich auch unter dem Video. Und ich hoffe, dass es noch viel, viel mehr von diesen interaktiven Medien geben wird. Soweit für heute. Macht's gut. Tschüss.